Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aktienanalyse und heute einmal mitten im Unternehmen, was meines Erachtens sollte der Turnaround gelingen, dort erstmal relativ günstig notiert, nämlich die Sprache ist von Ubisoft. Falls Ubisoft niemand direkt zuordnen kann, meines Erachtens ist es einer der größten Spielehersteller bzw. hat die Prestige oder einer der prestigesträchtigsten Spiele so gesehen in seinem Portfolio. Ich lese mal ein paar Teile vor, vielleicht können die Leute das zuordnen. Man hat Anurteile, Siedler, Far Cry for Honor, Prince of Persia, South Park, Watch Dogs, Trackmania, Tom Clancy's Rainbow Six, Splinter Cell und Ghost Recon und auch Assassin's Creed in seinem Portfolio. Das sind meines Erachtens sehr, sehr bekannte und beliebte Titel und deswegen sollte eigentlich das Unternehmen nicht dort notieren, wo es momentan notiert, aber es hat innerhalb der letzten Jahre deutliche Probleme, was die Profitabilität und ähnliches angeht und deswegen wollen wir uns heute einmal die Finanzen dort genauer anschauen. Die Aktie von Ubisoft notiert momentan bei 19,94 Euro und somit wird das Gesamtunternehmen bei der Börse für 2,5 Milliarden Euro gehandelt. Wir sehen schon etwas, was nicht ganz so erfreulich ist, nämlich eine deutliche Verwässerung unserer Anteile in der Vergangenheit und auch für die Zukunft sieht das erstmal noch nicht ganz so gut aus. Das liegt daran, dass man noch so eine Wandelanleihe laufen hat, zeitgleich auch einen Aktienoptionsplan laufen hat und theoretisch die Aktionäre vorab schon mal eine Genehmigung geben hat, dass das Unternehmen theoretisch die Anteile weiter verwässern darf. Im schlimmsten Fall werden hier so um die 10.000 bis 12.000 weitere Aktien drauf kommen, das heißt nochmal eine 10%ige Verwässerung zusätzlich und zum derzeitigen Kurs würde das dann bedeuten, das Unternehmen wird nicht für 2,5, sondern dann für 2,7 Milliarden Euro gehandelt. Vergleicht man trotzdem die Marktkapitalisierung, also die dann mit 2,7 Milliarden Euro, mit anderen Spieleherstellern ist das meines Erachtens zumindest für die Spieletitel, die man im Gegenzug erhält, trotzdem irgendwo relativ günstig. Bezüglich des operativen Geschäftsbereichs zeigt sich dann die wirkliche Problematik, die hier bei dem Unternehmen vorliegt. Erstmal bezüglich des Umsatzes, das sieht erstmal sehr gut aus bei Spieleherstellern oder diese unterschiedlichen Umsätze hier. Das liegt einfach daran an der eigenen Art von Spieleherstellern, wenn ich halt ein Jahr habe, wo ich 3,4 gute Titel auf dem Markt werfe und die halt auch gut ankommen, dann geht natürlich mein Umsatz und mein Gewinn auch deutlich nach oben. Wenn ich dann aber irgendein Jahr habe, wo ich dann nur ein oder zwei Titel vielleicht auf den Markt werfen kann und davon nur einer auch gut ankommt, dann geht der Umsatz natürlich deutlich zurück. Zum Beispiel jetzt im Geschäftsjahr 2023 wird meines Erachtens, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein neuer Assassin's Creed Teil auf den Markt kommen und das war bisher immer ein relativ guter Verkaufsschlager, weswegen ich auch davon ausgehe, dass wir dann 2023 relativ akzeptablen Umsatz generieren werden. Das große Problem, was das Unternehmen hier hat, ist auf alle Fälle bezüglich der Gewinnmarge und wenn man das mit anderen Spieleentwickern vergleicht, sind wir meilenweit davon entfernt. Die zeigen zumindest CD Projekt und Takes Two Interactive und Blizzard, die haben normalerweise Gewinnmargen irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent und das sind jetzt auch nicht irgendwelche Spieleentwickler, die dafür bekannt sind, massig Free-to-Play-Spiele zu entwickeln, weswegen die Gewinnmarge sich nach oben korrigieren sollte. Und das zeigt dann im Endeffekt, dass wir hier relativ große Probleme vorliegen haben, was die Profitabilität insgesamt des Unternehmens angeht. Um die Gewinne und die Gewinnmarge in der Zukunft wieder etwas nach oben zu katapultieren, hat man sich überlegt, dass man jetzt zukünftig dementsprechend auch im Mobilsektor unterwegs sein möchte, also mehr diese Free-to-Play-Games anbietet, die dann halt eine Monetarisierung anbieten. Und da kommt dann halt auch zum Teil dieser negative oder sehr niedrige Cashflow zustande, weil man einfach innerhalb der letzten Jahre einige Studios dazu gekauft hat, die halt für den Mobilmarkt ausgelegt sind, weil man einfach nicht unbedingt die eigenen Kompetenzen dazu besessen hat. Trotzdem würde ich halt damit dann in der Zukunft davon ausgehen, dass erstmal die Free-Cash-Law-Marge weiterhin unter der Gewinnmarge liegt. Welche Auswirkungen wirklich dieses Mobil-Game dann am Ende auf diese Gewinnmarge hat, muss man dann schauen, welche Mobil-Games dort auf den Markt geschmissen werden. Setzt man zumindest den Gewinn aus dem letzten Jahr ins Verhältnis zu unserer Marktkapitalisierung, kommen wir damit auf ein KGV von 31, was soweit erstmal relativ hoch notiert. Wenn man aber bedenkt, dass wir hier eigentlich mit anderen Spieleentwicklern normalerweise eine Gewinnmarge von 10% vorliegen hätten und das hier, also mindestens 10% oder darüber hinaus. Wenn wir das hier ansetzen würden, dann würde der KGV auch deutlich darunter liegen. Wie gesagt, dafür müsste das Unternehmen dann aber auch wirklich diesen nachhaltigen Turnaround schaffen. Sollten die Gewinne sich wieder halbwegs normalisieren bzw. so wie bei anderen Spieleherstellern werden, ist die finanzielle Position auch erstmal soweit kein Problem. Schaut man sich nämlich das Umlaufvermögen an und verrechnet das mit langen und kurzfristigen Schulden, sind die Netto-Schulden jetzt erstmal so gesehen außerhalb einer gesunden Verhältnis zu den Gewinnen aus dem jeweiligen Jahr, weil die einen Faktor von 5 überschreiten. Wenn ich aber davon ausgehe, dass man wie gesagt eine Mindestprofitabilität in der Zukunft oder eine Mindestgewinnmarge von wieder 10% erreichen sollte, dann würde das Ganze auch wieder in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. Dass das Unternehmen die letzten Jahre stark in sich selbst investiert hat, sieht man dann auch zum Teil in den langfristigen Vermögenswerte. Hier sieht man dann die letzten Jahre, dass sie deutlich nach oben gegangen sind. Hierbei muss man aber auch gestehen, das sind zum Teil dann halt Unternehmen gewesen, die man oberhalb des Buchwertes gekauft hat. Und hier haben wir relativ viel Goodwill dann in den Bilanzen auch zum Teil drin stehen. Trotzdem nichtsdestotrotz, wir haben ja auch nicht mit kapitalintensiven Unternehmen zu tun. Daher ist das auch erstmal vollkommen okay, wenn man das Ganze zumindest in Teilen oberhalb des Buchwertes beziehungsweise dann halt einen gewissen Goodwill hier einbuchen kann. Verrechnet man das Ganze jetzt netto Schulden und die langfristigen Vermögenswerte, kommen wir auf den Buchwert und setzt man den wieder ins Verhältnis zu unserem Gesamtkaufpreis, kommen wir auf ein Kursbuchverhältnis von 1,38, was meines Erachtens zumindest für ein Unternehmen, was auch nicht kapitalintensiv ist, erstmal in einem relativ guten Verhältnis notiert. Und damit sind wir dann noch einmal in unserem Analyse-Tool, wo wir verschiedene Prognosen für die Zukunft erstellen, um dann den fairen Wert der Aktionär zu bestimmen. Und die Sache ist jetzt hier hinsichtlich der Zukunftswerte, die wir dort eintragen, ist halt erstmal die Frage, wird Ubisoft überhaupt diesen Turnaround schaffen? Wenn nicht, dann werden wir natürlich auch keine großartigen Wachstumswerte und auch keine Gewinnmarge in der Zukunft sehen. Und die zweite Frage, die halt damit einhergehend ist, wann, also wenn das vonstatten geht, wann wird das Ganze vonstatten gehen? Werden wir die nächsten zwei, drei, vier Jahre keine Gewinne großartig erzielen und dann wird man wieder zur Profitabilität großartig zurückkehren? Oder wird das sieben Jahre oder wird das nur zwei Jahre dauern? Das hat dann natürlich Auswirkungen auf die Gewinne, die wir die nächsten zehn Jahre erwirtschaften und damit dann halt auch auf den fairen Wert. Deswegen hier im konservativen Bereich gehe ich jetzt mal einfach davon aus, das Ganze wird die nächsten Jahre nicht so top laufen. Wir werden ein vierprozentiges Wachstum haben und irgendwo eine Gewinnmarge bei ungefähr fünf Prozent. Im konservativen, im normalen Bereich meine ich natürlich, werde ich das Ganze schon deutlich höher einsetzen. Dort gehe ich mal von sieben, machen wir mal eher sechsprozentigen Umsatzwachstum pro Jahr aus. Anschließend immer noch sechs Prozent und die Gewinnmarge wird zumindest im Schnitt auf acht Prozent klettern. Und im Best-Case-Falle wird das Ganze sehr, sehr profitabel auch wieder werden, schon möglicherweise auch durch sowas wie die Mobile Games, die man im Endeffekt in Auftrag gegeben hat oder dort entwickeln möchte. Weil solche Mobile Games, die fressen halt sehr, sehr wenig Ressourcen im Endeffekt und können aber, wenn die halt eine relativ große Community mit sich bringen und gut monetarisiert sind, halt auch wirklich viele Gewinne abwerfen. Und da möchte man dann im Endeffekt als Ubisoft die nächste Zeit erstmal hin. Und deswegen würde ich hier im Best-Case-Falle die Gewinnmarge schon mal mindestens auf zehn Prozent nach oben ziehen. Ich kann natürlich auch mit höheren Wachstumswerten und höheren Gewinnmargen rechnen. Wie gesagt, das ist aber auch so ein bisschen davon abhängig, wann dieser Turnaround gelingt. Wenn ich die nächsten fünf Jahre noch mit wenig Gewinn rumdümpel und die dann sich erst auf 15 Prozent zum Beispiel normalisieren, dann wird die durchschnittliche Gewinnmarge während dieser zehn Jahre irgendwo bei acht Prozent liegen. Deswegen, dort wäre ich etwas vorsichtig, das zu deutlich nach oben zu korrigieren. Bezüglich des Free Cashflows werde ich das unterhalb der Gewinnmarge notieren. Je nachdem werde ich das immer ein bisschen mehr abflachen. Liegt einfach daran, dass wir natürlich immer noch Ausgaben haben und beziehungsweise auch in der Zukunft vermutlich noch weiter ein bisschen ins eigene Unternehmen investieren müssen, um dementsprechend überhaupt dieses Mobile Game Sache in den Griff zu kriegen. Und das Unternehmen hat auch noch zwei, drei andere Baustellen, an denen man arbeiten möchte. Bezüglich des KGVs bin ich mal irgendwo so halbwegs normal. Also ich würde das jetzt zwischen 12,5 und 17,5 eintragen. Sehr große Spielehersteller und da gehört eigentlich meines Erachtens Ubisoft auch zu. Die notieren meines Erachtens eigentlich eher etwas höher. Aber wir werden das jetzt beim marktüblichen Durchschnitt eintragen, nämlich 12,5, 15 und 17,5. Unsere Mindestrendite von 10% auf unser Investment pro Jahr lassen wir natürlich dabei. Tendenziell kann man überlegen, ob man das nicht hier in so einem Bereich wie Best Case, weil man davon ausgeht, dass hier wirklich alles super läuft, ob man das Ganze nicht sogar renditemäßig pro Jahr nach oben korrigieren sollte. Wir lassen das jetzt einfach bei 10% und hierbei sehen wir schon, dass die Werte deutlich auseinander klaffen. Denn das liegt natürlich auch daran, dass wir hier eine extrem weite Spanne der Gewinnmarge angenommen haben und zum Teil auch das Wachstum bezüglich des Umsatzes. Im konservativen Bereich, ich gehe nicht davon aus, dass wir jemals diese 4,80 Euro sehen werden, weil wenn wir uns das so vorstellen, hat das Unternehmen dann eine Marktkapitalisierung von ungefähr, machen wir mal 600, 700 Millionen Euro. Ich glaube, da würde es zu attraktiv für andere Spielehersteller werden, diese Titel, die das Unternehmen ja im Endeffekt beherbergt. Zu übernehmen, weil es halt einfach in Anführungsstrichen Diamanten sind, die man dann halt monetarisieren würde. Wir haben ja vorhin einmal ganz kurz über die ganzen Spiele gesprochen. Deswegen, ich gehe nicht davon aus, dass man diese 5 Euro erreicht. Jetzt ist halt die Frage, wann wird dieser Turnaround klappen? Wann wird der Turnaround klappen und wie stark fällt er aus? Wird er sich etwas ziehen? Fällt er nicht ganz so gut aus? Dann liegt der faire Wert auch noch unterhalb des aktuellen Preises. Wenn das Ganze die nächsten Jahre irgendwann behoben wird und wir damit dann halt auch eine durchschnittliche Gewinnmarge die nächsten 10 Jahre dann auch deutlich nach oben ziehen, dann liegt der faire Wert auch deutlich oberhalb des aktuellen Preises. Und natürlich kann man jetzt überlegen, ob man die Gewinnmarge sogar noch weiter nach oben zieht. Aber wie gesagt, ich wäre dort etwas vorsichtig, weil meines Erachtens wird das Unternehmen noch mindestens 1, 2, 3 Jahre brauchen, bis man diese strategische Neuausrichtung zumindest adäquat umsetzen konnte.